So leute Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde stronghold crusader Hadey hier auf eurem lovely labeling channel Habe ich hat Prost kleiner kaffee Ich bin ehrlich ich nehme immer freitags auf hier stronghold Schön so auf dem freitag mittag vormittag Ist entspannt ist ein guter slot immer für stronghold heute mission 69 engpass Die haare stehen wir haben am ende der letzten folge das ein bisschen besprochen wie wir den engpass angehen werden Wir haben neue wir haben eine neue ki König philip der erste ich bin sehr gespannt ansonsten Was gibt es zu besprechen ich drück mal p pause zwei sachen einmal Ich habe jetzt so ein auto klicker für Truppen Rekrutierung die mittlere maustaste wenn ich die jetzt drücke vollführe ich zehn maus klicke Ist auch ganz gut um sachen zu verkaufen oder zu kaufen beim markt Ist für uns unrelevant denn wie ihr ja wisst befinden wir uns hier Befinden wir uns hier immer noch in der challenge dass wir den zweiten kreuzzug spielen Ohne söldnerposten Und ohne marktplatz Fälle die neu dazugekommen sind Ja und heute wird's hart Ich hoffe dass die sich gegenseitig viel behindern Wird aber glaube ich nicht der fall sein weil Wobei wenn Nasir Richtig viel badeanstalt wieder baut Könnte er den emir Ja mal gucken aber die haben schon sehr viel grünfläche Also wir haben hier zwei enge stellen die würde ich dicht machen Ähm Und hier müssen wir drum kämpfen Ah lol hier muss ich auch dicht machen Wir haben drei stellen Also wir werden keine Burg bauen Wir werden drei Torhäuser bauen Und ich glaube Wie gehen wir es an Wir sehen hier links unsere Startressourcen 150 Steinen Das sind Drei Torhäuser Ja und jeweils so ein Türmsche Vielleicht auch zwei Okay Ähm Das geht sogar Also wir müssen gar nicht so krass um den Stein kämpfen Weil Ja wobei doch Wir brauchen dann richtig viel Türme Für richtig viel Ballisten Um Und das ist der Clou denke ich Die ganzen Belagerungsgeräte halt zu clearn Wenn wir das schaffen Ist das einzige Problem was wir noch haben Nasir mit seinen Meuchenmördern Weil den kennen wir mittlerweile Der Stille Der lässt lange nichts von sich hören Aber auf einmal kommen 100 Meuchenmörder Ähm und dafür müssen wir dann Mit Mönchen Im Early Game bereitstehen Die Frage ist halt wo greift der an Also ich muss die irgendwie hier so platzieren Und dann immer dahin scheuchen wo die Meuchenmörder kommen Ja Achso Es gab noch Das ist der zweite Punkt Ich glaube den hatte ich noch nicht Ich hatte jetzt nur den ersten Punkt Der zweite Punkt war Gegen Meuchenmörder Irgendwie anscheinend ist es so Für mich ist ja immer so eine Woche vergeht Nächste Mission eine Woche vergeht Die Wochen ziehen ins Land Für mich ist es so Dass ich bei Nasir Den man übrigens Nasir ausspricht Nicht genau Also ich fahr da keine Klare Linie ist euch Oder einigen aufgefallen So mal sage ich Jo ich will hier nix abusen Und hier irgendwie niedrige Wand Vor ne Steinwand setzen Ne Wodurch ja die Meuchenmörder nicht hochkommen Ähm Und mal mache ich es Also irgendwie habe ich da Keine klare Linie Ich würde jetzt gerne Einmal beschließen Dass ich nix abuse Meuchenmörder sind dazu da Um über Welle hochzuklettern Man könnte irgendwie auch Zinn bauen Oder zwei Zinn rein Und dann kommen die auch nicht hoch Also da gibt es noch einen anderen Trick Machen wir jetzt nicht mehr Okay Ansonsten Ich würde nur Ah Haha Nein Es gibt noch einen drinnenpunkt Der ist richtig geil Leute Er ist richtig nice Pass auf Ich wollte was ausprobieren Also es gab wieder sehr viel Feedback Ähm Auf dem Discord Da habe ich jetzt auch mal wieder alles aufgearbeitet Und Da hat einer Mir vorgerechnet Dass ich ohne Nahrung spielen kann Und gerade wenn ich halt keinen Markt habe Brauche ich dann nicht 10 Millionen Ähm Holz ausgeben Weil das wird hier auch ein Problem sein Holz Wir sehen es Ähm Scheiße Jetzt muss ich da erstmal wieder hin Holy shit Ich habe gestern richtig Alter Ich lade Darkest Dungeon hoch Und ihr schickt mir jetzt 10 Millionen Texte Wallah Ich denke die ganze Zeit Hä habe ich es verpasst Aber das ist von einem Tag Ihr schreibt da so viel Feedback Mittlerweile habe ich wirklich Probleme hinterher zu kommen Bin ich ehrlich So Und zwar Goldmann7 Hat mir vorgerechnet Auf dem Discord Dass man es ja mal ohne Nahrung versuchen könnte Und ich wollte das mal machen Und zwar Wir bekommen 8 Beliebtheit Durch flüssig Brot Bierchen 2 Beliebtheit durch die Kathedrale Und eine Beliebtheit durch die Kirche Wir sind mal bei 11 11 Beliebtheit Keine Nahrung Ist minus 8 Beliebtheit Und Leicht zu steuern Ist minus 2 Beliebtheit Sind wir bei 11 Summa summarum Sind wir dann bei einer Beliebtheit So das heißt wir brauchen keine 1000 Holz Für Bäcker Sondern nur Bier Also ne So Jetzt ist aber das Ding Wir leben ja von Steuern Von Steuergeldern Bedeutet wir können so anfangen Und wenn wir Holz haben Werden wir nach und nach Das anpassen Versteht ihr? Also Ich meine mit der ersten Stufe Steuern Macht man ja kaum was Und wir haben keinen Markt Verkaufen nichts Aber wir sparen sehr viel Holz Und dann können wir am Anfang schon Viel Bogenschützen Produzieren Weil darum geht es hier ja auch Wobei Ja Wir haben sehr viel Startgold Ja Das brauchen wir ja dann auf Für ganz viel Bogenschützen Bogenmacher und so weiter Ballisten Fertig Werde ich hier übrigens auch zwei Gruppen Ballisten hinpacken Okay lange Rede kurzer Sinn Wir geben jetzt mal Gas Fortsetzen So Ich werde hier das Lager mal ein bisschen auch vielleicht ausufern lassen So Hopfen Machen wir mal zwei Das reicht Tatsächlich größtenteils Eure Beliebtheit sinkt Jaja ist ja gut So Jetzt Drei Vier Holzfäller Mh Eins Zwei Drei Drei Und die Kneipen Ja Eins Zwei Drei So das war's Jetzt Brauchen wir erstmal Holz Äh Solange können wir hier ein paar Hütchen bauen Ihr könnt das nicht dort platzieren Oh Hütchen habe ich dir gesagt So Okay Jetzt eine Kathedrale Die Kneipe Hier hin Ich will die Grünfläche nicht so Ne Beeinträchtigen Ähm Okay Wie wir gesagt haben Drei Torhäuser Uno Dos So Ähm Und dazu Ein Türmschen Türmchen Hier Hier Ich glaube das könnte Müssen wir mal gucken Und Hier Das habe ich noch nie erlebt Das ist ein Abuse Den man bei Gegnern machen kann Und der macht das bei mir krank Krank Das habe ich noch nie erlebt Der Berg Friedrich So jetzt müssen wir auf Holz warten Das ist natürlich ein bisschen problematisch Ich kann jetzt schon mal die Zeit nutzen hier einen Ballisten aufzustellen Wir bauen Wir bauen tatsächlich Stein Oh mein Gott Ich habe zu wenig Stein für eine Kaserne Für Unterkünfte meine ich Hoppala Okay Okay Pass auf Wir nutzen jetzt die Lebensmittelvorräte die wir haben Ähm Um Als Puffer Allzeit bereit Ja Okay Das ist jetzt alles ein bisschen wackelig Ich produziere mal Mönche Zack Euer Gnaden Es werden Recruiten benötigt sein So schnell geht das So Bogenschützen kommen in die Mitte Ja mein Freund So und hier wird jetzt nachproduziert So jetzt kommt Holz rein Wir müssen direkt einen Steinbruch bauen Sonst haben wir ein Problem Und Die bauen wir Zwei So Mit dem Restholz Hüttchen Mach mal Eier So So Okay Eine Kirche Haben wir auch noch ein bisschen Beliebtheit Okay so Und jetzt Bögner Bogner Whatever Mh Machen wir Hier hin Eins Nein Scheiße bin ich dumm Eie Eie Oh Gott Oh Gott Das war ein brutaler Das war Brutality Fehler Okay was machen die Gegner Der Abt Blockiert König Philipp Oh Alter Die machen aber eine Burg draus König Philipp übrigens sehr interessant Ich glaube das ist so Eine Mischung aus Abt und Marschall Aber in krass So Nazir macht jetzt bitte Oh Emi ist schon fertig Okay Da wird aber Nazir nicht einen vollen Teich bauen können Das wird auch interessant Und der Sheriff Den werden wir wohl jetzt erstes anzünden und wegmachen Dass wir hier oben Druck wegbekommen Okay Haben wir Holz dazwischen? Nein Wir benötigen Holz Da müssen wir halt wirklich dann gleich spammen ne Also das ist hier unser Das sichert unser Überleben Ballisten mal wieder So Da haben wir genug von Haben wir genug So die müssen befüllt sein Beliebtheit ist auf elf Das Volk huldigt euch sei Das Volk huldigt euch sei Das Volk huldigt euch sei Was? Der kommt jetzt schon mit? Vor allem reißt der das jetzt ab? Oh mein Gott Baumeistergilde aber sofort Und ähm Waffenkammer Mein Gott Wo ist die? Da Wir werden überfallen Ne Eine Nachricht von König Philipp Welch Mut Welch Tapferkeit Reitet weiter meine edlen Ritter Reitet weiter Ich hasse ihn jetzt schon Was ist denn mit dem los? Macht doch das Tor nicht zu Hier diese Automatik Immer Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte Euer Gnaden Scheiße Ist alles Nur der Herr Wir stehen so Sind die hingerannt? Lol Ey jetzt muss ich nochmal Oh mein gosh Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord Die Holzvorräte sind zu knapp Euer Gnaden Balliste Bereit So Eins Zwei Drei Vier Okay Okay Mhm 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 So Wir brauchen Stein Leute bitte Das ist gerade Höchste Not für mich Weil wenn wir Stein haben Haben wir Türme Mit richtig viel Ballisten Und generell Ballisten Auch cool Ja So Da einer Da einer Ich kann nicht höher Ich Lol Das ist Ah ok Ich kann Leertaste drücken Wow So hier kommt was Ich höre es Ne Alles gut Ok König Philip König Philip Der kleine Rusher Und ich meine nicht Russe So Dann machen wir noch so was Und noch so was Und noch so was Und noch ein Hütchen So Zwei Das Ding ist wir brauchen ja keine Nahrung Das ist ganz nice Euer Gnaden Es werden Rekruten Was wünscht ihr Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord So Das wird hier unten geballert Das ist so krass Wirklich Das ist so krass Vor allem Warum packt der den da hin Also jetzt mal ehrlich Hier ist ja nicht mehr ein Steinbruch Das ist ja so weird Das ist Der 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 abused Unfassbar Frech Alles Wie viel gold haben wir denn Noch 5000 Abfahrt Es werden Rekruten benötigt sein Der Herr ist allgegenwärtig Konstruieren Belagerungsgeräte Sieben Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Okay jetzt Ich meine wir haben Holz Ähm Das heißt wir spammen hier noch Die Wir benötigen mehr Holz Da kam ein Meuchemörder gerade Mhm Vielleicht ist es gar nicht so dumm Äh Guck mal da steht Mönche Machen wir hier welche hin Die kosten ja nichts Ja Machen wir hier welche hin Einfach nur damit wir Guck mal hier unten Einfach nur damit wir früh genug sehen Ob Meuchemörder kommen So Gucken hier unten welche hin Und wir machen hier unten welche hin Ja 50 50 Können wir schneller reagieren So Mh Mh Schönen Lauf Schönes Ding Schönes Ding So Hier rum kommt der erste Ochse Es geht voran Schön So Heieieiei Abbruch Wir dürfen hier nicht Äh Oat gehen Out of Troops Äh Trees Häieieiei Heieiei So Okay die baggen hier das ist super Jetzt kann ich endlich mal Kaffee trinken Ah So wie geht's euch So wie geht's euch Erzählt mal Hm Was geht bei euch so Erzählt doch mal einfach Also ich meine wir sitzen hier mal und entspannen Ja Ja Bitte Der Ochse entspannen nicht mehr wir schießen hier Alter Hä ich komme nicht ran Okay aber der kommt ran Der Ochse blockt halt immer die Schüsse Und der Steinau Meine Edelmänner Der ist halt der übelste Franzose Das ist ja der Hammer Aber ich glaube hier unten Gibt's bisher den meisten Stress Oh Nevermind Wer ist das? Der Sheriff ne? Stimmt den hab ich ja noch nie angreifen gesehen weil es noch nie dazu kam Okay Wir werden überfallen So jetzt kann ich glaube ich mal eine Unterkunft bauen Schön Kommen wir um Was ist denn da los? Die machen wir auf aggressiv So Unterkünfte Machen wir hier hin Und wir machen hier unten ein paar Bogenschützen So So Echt? Lol Das ist ja funny frisch So Aber ey sorry Das muss jetzt wirklich mal aufhören Was ist denn? Ja mein Gott Was hier an Schaden entsteht So Wie sieht's aus mit Stein? 50 Nur wie Sie spielen von ihr Von ihren umgeben Ach ich liebe Franzosen im Mittelalter Das war einfach Ist einfach was ganz besonderes Eine Nachricht vom Abt Euch ist nur noch wenig Zeit durch dieser Welt beschieden Bereitet euch auf den Untergrund Äh was ich sagen wollte Ja wir sitzen hier mal und entspannen uns bei einer Runde Stronghold Und ich erzähle ab und zu was so abgeht Aber erzählt ihr doch mal Ja? Erzählt doch mal was ihr gerade so macht Ich meine es ist Corona Viele hocken zu Hause Können nicht Die Studierenden können nicht in die Unibibliothek Haben Hocken zu Hause Haben vielleicht Arbeitsblockaden Oder können da nicht ne In einem konzentrierten Umfeld arbeiten Ich kenn das ja selber Zuhause verfällt man so leicht in Prokrastination So Die Schul Kids Brauchen wir gar nicht drüber reden Alter Geiler Unterricht gerade Die Arbeitenden Alle im Home Office Auch eine ganz neue Herausforderung Der macht hier Das geht nicht Erzähl doch mal Ne Wie ist es euch ergangen Bislang Ja ich meine mittlerweile Sieht man ein bisschen so Die Durststrecke Die hat vielleicht bald Jetzt langsam ein Ende Es geht voran So ne Ballisten Bereit Okay wenn wir jetzt Ich glaube wenn wir jetzt hier zwei Ballisten haben Dann Gehen die Katapulte hier unten hoffentlich eher mal down Ja Wollte ich mal so gefragt haben Wisst ihr wie ich meine? Ich hab Respekt vor dem Bogen Äh vor den Aha Siehste Vor den hab ich Respekt So Ja also wir warten jetzt gerade ein bisschen auf die ersten Angriffswellen So und jetzt ist übrigens der Moment Indem wir Kein Gold mehr haben Das heißt ich fange jetzt an mit Nahrung Machen wir schön nah Ans Lager Äh Vorratslager ran 1 2 3 Ich mach mal 4 So Eine Mühle Kein Holz Gut Ich glaube es hält sich hier unten So wie ist die Lage Eine Nachricht vom Abt Meine Truppen lassen mich im Stich So Okay Ich glaube der der In der See kommt wenn dann hier oben oder? Nicht in der Mitte Es ist das ist ziemlich schade Tatsächlich schaffen die es sich nicht zu behindern Die sind halt die haben hier die perfekte Gut König Philipp Ey der ist halt wirklich wie der Marschall Das ist ja fast die gleiche Burg König Philipp Geht auch krass auf Berittene Also ich würde sogar sagen Also Ich kämpfe jetzt nicht oft gegen Marschall Und meine Beliebtheit Oh mon dieu Ich kämpfe jetzt nicht oft gegen König Philipp Und dem Marschall Als Laie erkenne ich da gerade keinen großen Unterschied Bei der Burg I don't know Okay Es hält sich Beliebtheit kraxelt wieder hoch So wir können noch ein Türmchen bauen Hier unten ist wirklich Ich mach mir so Ich mach mal so Okay So Hier noch einer Ich finde es so weird Übrigens ne Bei diesen Gebäuden Die so einen Vorplatz haben Hier auch Warum kann man den Übungsplatz anklicken Warum klicke ich hier nicht einfach drauf Und hab auch die Unterkünfte ausgewählt Ich check es nicht Das finde ich so weird Das macht so Darüber haben wir noch nie geredet Aber es macht halt wirklich gar keinen Sinn Null Cent So Wir brauchen Geld Und deswegen Komm mal Religion 5 Ja doch Hä wie kamen wir auf 11 Als wir vorhin gerechnet haben Bin ich dumm Ah Wie ging davon Der Kommentarschreiber Von dem ich das Zitiert habe Ging davon aus Dass Kathedrale Zwei Beliebtheit macht Aber ich glaube tatsächlich Die macht vier Oder ne Hä Ach die Dadurch dass ich so wenig Gebäude habe Segen die hier tatsächlich Die Scheiße durch Ich habe so viel weniger Bevölkerung Weil ich keine Bäckereien baue Die machen ja unnormal viel aus Dass es tatsächlich so ist Dass sie hier die Leute durchsegnen Krass So wir haben mit zwei Holzfäller Und versuchen damit über die Runde zu kommen Ähm Ich würde jetzt den dritten Turm hier noch voll machen mit Bogenschützen Ja Wir dürfen uns auch nicht so sicher fühlen Denkt an Nasir Denkt an ihn Jeden Moment kann es hier richtig knallen Das ist das Problem Hoppala So Ja ganz echt mit den Eine Nachricht von König Philipp Meine Ritter werden euch zugrunde richten Angriff Leute der kommt mit Peking Äh mit Sperrkämpfern Das ist ja witzig Okay das unterscheidet ihn doch sehr dann vom Marschall Aber Junge du hast doch gar keine Ritter Wo sind die Ritter? Aber er ist halt konstant Ach da Also die beiden hier machen konstant Druck Muss man sagen Und die hier Laden sich glaube ich die ganze Zeit auf Und das hier wird die große Herausforderung Wenn die Wobei der Sheriff macht hier glaube ich auch konstant ein bisschen was Von dem kriegt man nur nicht so viel mit So eine Mühle wäre jetzt mal ganz gut Da Vielleicht sogar zwei Machen wir mal einen davon weg So Ja keine Chance Also Ballisten Also die sind Ich bin Balliste Verstehe wie ich meine Ballisten sind einfach Eine Die Benutzung von Ballisten Ist eine hohe Tugend Ja Wenn es darum geht In Stronghold Erfolgreich zu sein Dann kommt man Um Ballisten Nicht drumherum Oh Oh Es geht los Oh im Nacken So Jetzt bin ich gespannt Wo kommt er Ich mach nochmal ein paar Mönche Safety first Zack 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 Wie die Ballern ne Oh das ist so nice So wo kommt er Hier hab ich meine Jungs Hier hab ich meine Jungs Wir sind eins eins Acker match im Schlamm Oder ein 2-2er Wo kommt er Na sie Lol Lol Wait a minute Was macht ihr da Ja Geht mal den Turm hoch Rücken aus Unsere Schatzkammer leert sich Ach lol Es werden Waffen Wo ist er denn Wo ist er Oh Emir macht einen kleinen Vorstoß Also warum Ich bin wirklich sehr defensiv Bislang ne Wo ist er Hä Also ich muss schon sagen Außer hier unten Ist es sehr ruhig Ich kann nicht ganz nachvollziehen Warum Also die machen ja null Druck Der Emir Normalerweise hätte er schon lange mal angegriffen Oder Aber der hat halt echt erstmal all seine Gut er sieht Ja Sieht so aus als würde er bald angreifen Er sammelt hier noch ein bisschen Truppen Aber ja das ist noch ein bisschen zu wenig Er hat erstmal seine ganze Türme bestückt Aber die hatten noch 10.000 Gold Wo bleiben die Ok die haben echt alles ausgegeben Außer der Abt und König Philipp Aber König Philipp kann ja auch nicht alles ausgeben Weil der blockiert wird vom Abt Ist halt witzig dass die wirklich Ihre Burg Fusioniert haben So jetzt gehts los Mitte Mitte Ok Mit Gott Oh Gott Ok die werden Hehehe Irgendwo noch Ok der Der Abt der Formiert sich Der bisher Ich bin gespannt mein Sohn Mein Sohn Alles klar Papi Schüler Ja ok OPS Machen wir hier noch Ballisten Weil wirs können Ey! Hast du reingeschissen, ja? Okay, dann war das der erste Angriff, der richtig kacke war. Ah, jetzt rückt der Emil, glaube ich, mal aus. Also das ist ja, spielen wir hier Light-Mode? Was ist denn deren Problem? Seltene Map erlebt, wo die so ausufern können. Nur grün vielleicht, die sind null beeinträchtigt. Was ist denn hier los? Hier auch? Hä? Hier wurde alles abgerissen. Also mal ernsthaft, was ist denn hier los? Ich habe den krassen Schwierigkeits-Patch installiert. Was ist mit denen? Ich kann ja jetzt schon meine Offensive planen. Hm. Na gut. So. Äh, Bäckereien. Machen wir hier hinten hin. Hm. Machen wir so. Ne. Gut, das war's erstmal. Ja, ich habe gedacht, das wird richtig hart schwer. Ähm, achso, wo wir gerade über schwer reden. Ich hatte euch ja mal gebeten, mir aufzulisten, welche Missionen worth sind, hier gezeigt zu werden. Oh. Wie kann ich helfen? Ähm. Und, da hat, kam sehr wenig, muss ich sagen, aber ist natürlich auch... Ja. Der Herr ist... Eine krasse Aufgabe, ja, die hat mit Recherche zu tun, oder jemand ist halt gerade wirklich tief in der Materie drin. Den Sweetspot muss man erstmal treffen, ja. Ja. Auf der anderen sagen... Hier stehen zu. Wenn ich irgendwie mich über Holz aufrege, sind alle am Start und schreiben eine Doktorarbeit, ne. Über Bäume. Aber okay. Also, ungefragt seid ihr am Start wie scheiße. Ja. Aber wenn ich euch mal brauche... Naja, auf jeden Fall. Es gab einen Retter in der Not. Der hat im Discord, ähm, das ein bisschen aufgeschrieben, was seiner Meinung nach an Missionen... Ähm, also was wirklich komplett uninteressant ist und ich weglassen kann. Ich würde hier als angepinnen Kommentar, ähm, diese Auflistung von ihm mal in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt dann mal... Schauen... Falls ihr da auch gerade so ein bisschen drin seid, aber zu faul wart, mir das zu schreiben. Ich träge nicht auf Verlust. No offense. Äh, könnt ihr ja mal sagen, ob das so passt oder nicht. Ja. So, ich brauche noch weitere Meinungen. Ne, weil nur weil eine Person, die das aufgearbeitet hat, das ist cool, äh, da... Mh, der Auffassung ist, dass bestimmte Missionen scheiße sind, muss es ja nicht automatisch stimmen. Ne, also auch, no offense. Aber es wäre cool, wenn da ein paar was zu sagen könnten. Und wenn alle sagen, ja, das stimmt, passt, dann skippe ich halt, äh, die etwaigen Missionen. Also, der eine Holzfäller schafft es wirklich, den kompletten Olivenhain wegzumachen. Ich glaube, er ist zu nah an dem Lager dran. Ich breche immer ab. Das geht nicht. Und er... Hm. Ah, hier sind ein paar Bäume. Das passt. Okay. Also, das Ding ist, die rennen ja auch nicht weiter. Die sind ja hier hin und das war's. Also, die KI, weiß ich nicht, die kommt nicht auf ihr Leben klar. Ich hab das Gefühl, weil ich hier die Zugänge dicht gemacht hab, ist die irgendwie jetzt gehemmt. Und kommt nicht klar. Alter, das hab ich ja noch nie beim Markt gesehen. Der ist ja wirklich hier... Ist ja interessant. Also, oder? Eine Nachricht vom Emia. Ich schlage vor, ihr solltet besser etwas gegen eure unangenehme Anwesenheit tun. Mhm. Okay. So. Gut. Also. Wir haben sehr viel Stein. Ich würde sagen, wir machen wieder das Übliche. Wir spammen hier erstmal die Jungs. Euer Gnad. Äh, wir haben sehr viel Beliebtheit. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Das Volk huldigt euch. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Weil... Ah, wir kriegen jetzt langsam Narwohn rein. Nein. Ne? Stimmt. Da könnte ich auch übrigens weiter... Also daran anknüpfen. Eine Nachricht vom Emia. Beim Donner. Was für ein Unheil. Ein erträglicher Auferlust. Okay. Aha. Also ich muss wirklich sagen, der Abt und König Philipp, die machen Mai. Ja. Die gehen voran. Eine Nachricht von König Philipp. Möge die Ehre mit den Tugendaften sein. Hehehe. Junge. Hehehe. Er ist halt echt ein geiler Gegner. Huch. Hoppala. So. Also. Was hätten sie denn heute gern? Oh, das Übliche. Ah, ich brauch Gold. Okay. Achso. Einer hat auch vorgeschlagen, als ich mal darüber philosophiert habe. Wegen Markt. Ne? Also wenn man jetzt so eine Map hat, wo das Fehlen des Marktes nur dazu führt, ähm, dass etwas länger dauert, aber nicht schwieriger ist. Dass man dann irgendwie so einen Zeitstrahl hat, einen Timer sich stellt und ab der 25. Minute, wenn die schwerste Phase so vorbei ist, kann ich einen Markt bauen. Das war ein Vorschlag, so nach dem Motto, ne, kann man natürlich Verschiedenes zu sagen, aber... Katapult kostet 150 Gold? Krass, hab ich gar nicht so in Erinnerung. Ja, gut. Also, die parken immer ihre Leute, aber... Eure Tage des Ruhmes sind vorbei. Bereitet euch auf etwas mehr Demut vor. Mhm, mhm, mhm. Also, ich check nicht, was hier abgeht, bin ich ehrlich. Liegt es vielleicht an dem Ding? Kann das sein? Ich mach das jetzt mal weg. Gehen wir jetzt hier einmal rechts rum? Okay. Oh. Ach, hier stehen die ganze Zeit die Mönchemörder, oder wie? Ja, Tatsache, jetzt rennen die Mönche. Ja, okay, hier sind aber auch vorher schon welche gerannt. So. Machen wir mal ein dickes Tor aus, oder? So. Okay. Schauen wir mal. I don't know. Ich bin gespannt. Hier brennt irgendwas. Ah. Die Ballisten haben ja irgendwas angezündet. Ja! Was soll ich sagen? Wir sparen weiter Gold. Machen Katapulte. Ja, Bäckereien, und dann... Äh. Okay, der eine Holzfäller reicht jetzt nicht. Dann pausieren wir die Jungs mal. Er hat im Hintergrund den Dolch an die Wand geschmissen. Lol. Wie lässig. Krass. Fette Animation. Ja, wie machen wir's? Also, ich würd sagen, wir pezen oben alles weg. Ähm. Hier schütten wir alles mit Stein zu. Zündet an. Zünden wir's an? Brauchen wir gar nicht. Nö. Wir marschieren da einfach mit Katapulten ein. Ja. Ist ja schön, aber das Volk soll jetzt auch mal Steuern zahlen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Moment, ne? Jetzt könnte ich eigentlich einen guten Markt bauen. Hier kommt... Hier passiert eh nix mehr. Es ist ein bisschen zu einfach, das Spiel. Ein erträglicher Auferlust. Aber... Das weirde ist... Ich spiel's ja jetzt nicht zum ersten Mal. Und ich habe wirklich das so eingeschätzt, dass ich richtig Stress bekomme. Richtig Druck. Es wirkt so, als sei der Patch irgendwie... Vielleicht sollte ich den nochmal neu installieren. Vielleicht hat das aber auch mit der Map zu tun, dass hier diese Inseln und dass ich das zubaue, dass das irgendwie dazu führt, dass die KI nicht auf ihr Leben klarkommt, was Angriffe angeht. Aber da denke ich mir, Alter, was haben die Entwickler denn damals gemacht? So, haben die nicht... Haben die ihre Kreuzzugreihe selber nicht gespielt? Oder... Weil damals... War es doch eigentlich schon so, dass die Leute geguckt haben, was sie auf den Markt bringen. Heutzutage ist das natürlich ein anderer Schnack. Ist das so weit im Bild? Heftig. Okay, ja. Das ist heftig, Nasir. Das ist heftig. Hey, die legen alle an, ey. Schön. Ich komme mir vor, als hätte ich so ein Wasser... So eine Wasserburg. Oder so ein Wasserschloss. Also, ja. Ich würde jetzt einen Markt kaufen, weil das bringt jetzt nichts. Bin ich ehrlich. Mir passiert nichts mehr. Ihr könnt ja mal selber vielleicht einschätzen, was hier so das Problem ist. Also, mir das vielleicht auch einfach einordnen. Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was hier abgeht. So. Äh, okay. Da stehen die Besoffenen. So, jetzt müsste Nahrung knallen. Wobei... Ich geh nochmal ein bisschen mehr. Ist echt geil mit diesem Multiclicker, muss ich sagen. Oder wie man den nennt. So. Oh. Es war einiges. So, jetzt kann ich hier auch noch... Also, scheiß drauf, ne. So. Okay. So. Jetzt kann ich auch meine Wirtschaft ein bisschen optimieren, um dann richtig zu pumpen. Ähm. Noch mehr Steine. Damit ich die richtig krass verkaufen kann. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verweiten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Oh, hier war jetzt richtig, glaube ich, ne Welle. Aber meine Ballisten spreaden halt alles weg. Okay. Also, ja. Ich muss wirklich sagen, ich finde es ein bisschen zu einfach. Aber, ich weiß jetzt nicht, ob es am Patch liegt. Ich erhöhe mal leicht die Geschwindigkeit auf 50. So. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay. Das freut mich. Kostüren Belagerungsgeräte. 5. Konstruieren Belagerungsgeräte. 5. Euer Gnaden. Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Mhm. Das sind auch alles Sprecher aus Gothic, ne. Also, der Nasir, der macht jetzt ein paar Sachen. Aber auch überall so ein bisschen. Also der teilt das irgendwie auf. Es ist so weird. Die beiden machen jetzt gar nichts mehr. Emir hat auch... Also... Ja, ist doch gut. Emir Omar hat kein Gold. Aber er greift auch nie an. Doch jetzt. Okay. Ja, jetzt kommt hier ein bisschen was. Aber es ist ja viel zu spät. Ich meine, wir sind hier... Wie lange in der Aufnahme? Normalerweise ist der so viel schneller. Mein Herr? Und warum die manchmal nicht ihre... Belagerungsgeräte bemannt. Guck mal, da stehen zwei Dudes daneben. Was ist denn mit denen? Katapult bereit, mein Lord. Eure Befehle? Belagerungsgeräte bemannt. Belagerungsgeräte bemannt. Belagerungsgeräte bemannt. Eine Nachricht von... Hä? Was habt ihr denn da oben gemacht? Meine Männer sind gekommen, um in eurer Burg aufzuräumen. Das hat er ja noch nie gesagt, oder? Meine Männer sind gekommen, um in eurer Burg aufzuräumen. Ja, versuch's. Die Goldvorräte sind zu knapp, Seier. Die Goldvorräte? Ihr habt nicht genügend Güter. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Ja, okay, also so nach und nach kommt ihr was, aber es ist wirklich, also auch einfach viel zu spät, seien wir ehrlich. So. Ich sammle mal die Mönche. Dann rennen die oben dann auch gleich rein. Ich brauche auch was zum Buddeln. Ich brauche was zum Buddeln. Das heißt, ich müsste schon gucken, dass ich hier das Eisen jetzt einnehme. So. 21. Aha, da sieht man jetzt auch was nicht Besetztes. Hä? Ich kann hier mal draufklicken. Hä? Mein Mausklick geht nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Das geht? Okay, hä? Hallo? Steht der im Weg, oder? Hä? Ich kann keine Baumeister mehr rekrutieren. Achso. Na gut. Okay. Dann marschieren wir mal. Okay. Ja, legen wir los. Schwung wieder, oder immer noch? Doppelklang. Alter. Minus 20 Steuern. Grausamere Steuern. Geil. Katapult bereit. Katapult bereit. So. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Ein erträglicher Auferlust. Mh. Ja, ich muss ja ein bisschen gucken. Also, ich brauche Buddler-Truppen. Warte, ich kann einfach Bogenschützen nehmen. Ich kann einfach Bogenschützen nehmen. Die können auch Buddeln. Das passt. Das passt. Okay. 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 Unerreichbar. Pfeile bereit. Die schwarzen Mönche sind bereit. Bogen gespannt. Katapult bereit. Bogenschützen bereit. Visiere an. Okay. Mein Bogen ist euer. Katapult bereit. Mein Beiler. So. Der Sheriff. Moin. Eine Nachricht von König Philipp. Entrollt die Banner. Legt die Rüstung an und lasst den Kampf beginnen. Okay. Gerne. So gut wie erledigt. Eine Nachricht vom Sheriff. Hey, das ist meine Burg, die er da zerstört. Jo. I know. Wie du nicht helfen. Katapult bereit. Schön, schön, schön. Katapult wird mein Herz. Katapult bereit. So, jetzt können wir ja ein bisschen nachproduzieren, oder? Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Katapult ist immer noch voll. Heftig. So gut wie erledigt. So. Rauschen wir hier mal rein. Wie letzte Folge auch schon. Alter. Schön. Ja. Ich fühle mich dann immer wie Julius Caesar, der den Palast von Cleopatra bombardiert. Das ist einfach nur nice. So gut wie erledigt. Hoppala. Katapult bereit. Der Herr ist allgegenwärtig. Katapult bereit. So weit. Eine Nachricht von König Philipp. Wir sind besiegt. Nur wie. Ich bin von Ihren umgeben. So. So gut wie erledigt. Ähm. Ich glaube, wenn wir jetzt hier reinhauen. Mit denen jetzt da hingehen. Achso, warte mal. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Ich da irgendwie noch einmal reinhauen. Boah, Alter. Meine Männer sind schneller als der Wind. Und leichter als die Schlange. Hinläuft alles, oder? Sie sind also recht, sie zu fürchten. Mach mal da auf. Mach da auf, mal. Katapult. Hier steht hervorragend. Okay, mein Abfall. Die schwarzen Mönche sind bereit. Katapult bereit. Meil auf. So gut wie erledigt. Bin zur Stelle. Äh, was war das? M? Ne. N. B. So und jetzt STRG B, ne? Ja. Die Max. Wie kann der Kornspeicher immer noch voll sein? Alter, fress Brote. Ich mach einen zweiten einfach. Bin ich dumm? Oh. Das war so. Können wir... Es fallen sehr viele Mönche. Alter, was ist denn da los? Äh, meine Mönche sind alle tot. Meine Mönche sind alle tot. Mein Wun ist euer. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Äh, okay. Da war ich nicht gründlich genug. Und jetzt kommen hier die arabischen Brüder und wollen mich abstechen. Bin zur Stelle. Bodenschützen bereit. Pfeile bereit. Der hat ja noch hier richtig das... In Bewegung. Gespannt. Rücken auch unerreichbar. Visiere an. Sind auf dem Weg. Ein bisschen... Porn in den Klick, Digger. Oh. 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 Katapult. Belögliches Reilauf. Okay, ich pumpe nach. I guess. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Ja, das bremst jetzt ein bisschen. Ich glaube, ich schicke die mal mit voran. Die brauche ich da eh nicht. So, ihr könnt wieder... Ihr könnt wieder da hin. Alles gut. Ähm... Ich reiße hier. Reiß das vor allem? Nee. Warum steht ihr da? Ich habe doch gesagt, ihr sollt da hin. Oder? Eins? Ja. Mal da hin. Okay, 32. Steuerung B. Bin zur Stelle. Es wird ein Waffen benötigt sein. Katapult bereit. Steuerung B, okay. So gut wie erledigt. Katapult wird bewegt. Ein erträglicher Aufwand. So gut wie erledigt. Das Ding. Rollbrunnen ist auch weg. Schöne Sache. So. Jetzt. Mehr nach vorne. Wo kommen die Ballisten? Die schwarzen Menschen sind bereit. So. Mein Bogen ist euer. Mh... Okay. Ja, das... Mh... Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Also ich würde einfach das gleiche nochmal probieren. Das Problem ist, ich hatte offensichtlich... zu viele... zu viele... Was ist hier los? Macht die doch weg, die Jungs! Ich hatte zu viele Bogenschützen übrig gelassen vom Gegner. Angepeilt. Katapult bereit. Ein unmögliches Ziel. Bogenschützen bereit. Balliste. Mein Herr. Ist auf... Pfeile bereit. Ich werde hier jetzt erstmal alles anzünden, glaube ich. Oder brauche ich eigentlich gar nicht. Kriegen die den nicht? Doch ein bisschen. Katapult bereit. Ja, hier müssen wir jetzt weiter pumpen, immer. Hm. Okay. Ich glaube, ich muss mit den Katapulten jetzt auch so ein bisschen nach unten vorrücken, um hier die zu clearn. Ja, und hier oben drauf ist natürlich einiges, ne? Und hier auch in der Backline. Ja. Katapult korrekt. Mein Lord. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Katapult, ein Nachricht vom Emia. Nein. Hier greift meine Burg an. Hier greift mich an. Langsam fühle ich mich dazu gezwungen, etwas dagegen zu unternehmen. Ähm. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach hier die Jungs nochmal mehr produzieren. Ja, mein Freund. So 64 reicht auch nicht für einen 4-9-Schlag. Allein, was da oben noch hockt. Katapult bereit. Ich habe nur noch zwölf Katapult, oder? Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Katapult bereit. Bravo. Schön. Schön. Ist natürlich... Also natürlich muss vorher der Brunnen weg. Sind wir uns einig, ja? Ein unöstliches Ziel. Katapult bereit. Katapult bereit. Malon. So gut wie erledigt. Können wir das mal wegmachen? Katapult bereit. Ich glaube, ich habe es gerade geschafft, meine eigenen Leute wegzumachen. Eieiei. Ja, vielleicht hätte ich doch auf Eisen gehen sollen. Für die Safety-Variante. Und mit dem Mönchen ein bisschen chillen. Weiß ich nicht. Ich glaube, hier passieren komische Sachen. Also die machen sich teilweise selbst weg. So gut wie erledigt. Ja. Wirkt manchmal so. So gut wie erledigt. So, da brennt es jetzt. Ist hochgekurbelt. Wir geben uns... Mein Herr. Rücken aus. Katapult bereit. Malon. So gut wie erledigt. Ja, da können nicht alle angreifen. Katapult wird bewegt. So mal vorrücken, bitte. So gut wie erledigt. So jetzt. Sehr gut. So, das muss jetzt sitzen. Bin ich ehrlich. So, maximale Größe. Das ist die Frage, ob ich die noch einsetze. Aber dann habe ich hier, glaube ich, in der Backline eventuell Probleme. So, das heißt... Ist hier irgendwie... Ach, da ist noch ein Brunnen. Okay. So gut wie erledigt. Balliste. Hochgekurbelt. Malon. Na gut. Der Nasir... Der ist nicht so in seinem Element, glaube ich, hier. Katapult bereit. So, hier haben wir jetzt alles weggewischt. Jetzt machen wir da alles weg. Katapult bereit. Malon. Balliste hochgekommen. Ja, ja, ja. So, und ich glaube, jetzt könnten wir es langsam wagen, zuzuschlagen. Ähm... Vielleicht machen wir den Turm noch weg. Und dann. Wie viele Mönche haben wir? 90. Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Okay, wisst ihr was? Ich meine... Scheiß drauf. Ich bin eher an einem Punkt, wo ich viel zu viele Truppen habe. Dann wieder... Dann wenigstens Quality-Truppen. Das heißt... Wir fördern jetzt Erz. Ja, oder... Eisen. So. Kaufen wir nochmal Holz. Hier, so. Okay. Ja, ich schätze... Ich würde das jetzt hier nach oben verlagern. Hier nochmal abknallen. Das geht so nicht. Lauf nur. Ah, okay. Wie kratzt man jetzt am Gegner? Machen wir den weg. Bogen schützen bereit. Mein Bogen ist euer. Machen wir so. Ballisten bereit, Pfeilung. Ballisten müssen wir ein bisschen vorrücken. Wir geben unser Bestes. Da sitzen halt echt viele Amboschützen drauf. Das ist, glaube ich, das Problem. Und in der Backline noch mehr. Eure Befehle? Ihr geht am Schiff. Ich glaube, da komme ich mit dem Mönchen nicht durch, tatsächlich. Ich müsste... ...theoretisch mehr Ballisten... ...und die da oben clearn. Aber... I don't know. Ich könnte versuchen, den hier mal anzuzünden. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Balliste bereit, Milon. Ist hochgekurbelt. Ja. Vielleicht. Zünd an. Zünd an den Bums. Ja, ja. Sehr gut. Okay. Mal gucken, ob das Wirkung zeigt. Ich habe nur noch vier Katapulte. Also... Ach, ich glaube hier durch die Scheiße auch. Balliste bereit, Milon. Ja, einen haben wir. Ja, mal gucken, ob ich die da irgendwie wegkriege. Wertvolle Lektion erteilen, man so. Aber es sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Weil wenn ich die habe, dann ist schon mal gut was getan. Ja, ja. Guck mal, wenn der Sheriff weg ist, habe ich auch viel mehr Fokus. Ich bin hier gerade so ein bisschen in der Zwickmühle bei den beiden. So, jetzt... legen wir los. Nur noch ein Katapult. Das ist jetzt ernst hier. Nicht Dieter. Oh lol. Finde ich ja auch gut. So. Jetzt gucken wir, ob wir Dieter vielleicht sogar noch wegkriegen. Oh lol. Oh lol. Oh lol. So, machen wir den weg. Machen wir den weg. Und jetzt gehen wir rein. Jetzt ist sweet. Jetzt ist nice. Jo. Oh. Das ist natürlich was. Schön. Okay. Das ist natürlich doof, dass hier ein bisschen brennt. Oh Leute, das sind... Oh, der Sheriff hat Mönchermörder gebaut. Warte mal, das ist jetzt ungünstig mit dem Feuer. Kann das Feuer erstmal ein bisschen chillen? Ich habe nur 65. Er ist, muss jetzt sitzen. Wir sollten gehen, Alter. Scheiße. So. Ja, tu. Warum brennt es jetzt hier vorne? Was ist denn hier los? Scheiße. Es läuft nicht. Hört auf, hier Sachen jetzt anzuzünden. Ich muss jetzt hier auch mal... Mach lieber da unten irgendwie. Hier den. Das... Mal alles anzuzünden. Ja, schön. Oh. Mal wieder. So, reichen die? Ich glaube nicht. Das ist schon wieder zu wenig. König Philipp. Das breitet sich hier nicht so richtig aus, ne? So, Jungs. Hoch da. 30. Könnte reichen. Wieso gehen die so einen riesigen Bogen? 28. Spannend. Ja, doch. Doch, doch, doch. Das reicht. Oder? Ja. Aber knapp, ey. Neun Stück noch. Jübel. Okay. So. Wir müssen jetzt leider nochmal nachpumpen, was Baumeister angeht. Ich hab 7000 Gold, ey. Holy shit. Was machen die hier? 43. Ich wundere mich, warum ich so wenig Truppen hier machen kann. Ne, ich warte mal auf alle. So. Wir sammeln uns jetzt erstmal wieder. Sammeln. Ähm. Ihr geht alle nach vorne. Ähm. Das. Richtig. Von ihren. Es ist einfach schön. Okay. Einen hätten wir. Ich glaube, hier unten ist super safe. Äh. Sheriff ist weg. Der repariert auch irgendwie seine Burg nicht. Warum auch immer. Warum repariert er seine Burg nicht? Hat er keinen Stein. Er hat keinen Stein. Aber er kauft auch keinen Stein. Okay. Der ist irgendwie... Ah, jetzt. Ist super schwer auf der Map irgendwie einzuschätzen, wer mich wann abschießen kann. Jo. Sehr gut. Okay, jetzt warten wir. Ist natürlich auch ein bisschen hier eine lange Reise, ey. Genau, wir kaufen jetzt nochmal richtig viel Holz. Und bauen jetzt... Pekiniere, oder? Oder Ritter? Ritter. Wir machen Ritter. So. So. This is nice. Minus 20 ist ein bisschen schon Matsch, gerade. Okay. Können wir gucken, wie lange wir noch mit den Menschen arbeiten können. Hey, der hat hier gerade alle Bogenschützen abgezogen. Ist ja gut. Ist hochgekurbelt. Der Kornspeicher ist voll, Milor. Ist hochgekurbelt. Balliste. Bereit, Milor. Ist hochgekurbelt. Balliste. Bereit, Milor. Bereit, Milor. Wir geben unser Beste hervor. Der Kornspeicher ist weg. Bringt den Stellen natürlich vor Probleme, sind wir ehrlich. Der da oben nervt. Der macht hier Stück für Stück die Ballisten weg. Okay, jetzt brennt es hier. Ist hochgekurbelt. Kann ich das vielleicht einfach, ja, so machen? Und sprayen die da einfach rein? So ein bisschen? Ja? Okay. So. Katapulte. 8, 9, 10, 11. Einen Belagerungsgeräte. So. Ein paar von denen. An die Front. Ah, das dauert jetzt. Durch diesen Schlamm hier, da rennen die halt 10 Jahre. Der Kornspeicher ist voll, Milor. Eure Beliebtheit steigt. Es ist so krass, wie der Kornspeicher. Ich mein, der ist auch volle Pulle. Ich hab ein bisschen zu viel Bäckereien, glaub ich. Ich mein, ich kann die verkaufen. Das ist alles kein Problem. Das ist ja das Schöne. Bei einer Überproduktion, wenn man einen Markt hat. So. Hier sind schon wieder nicht alle besetzt. Wieso ist hier jetzt nur ein Baumeister? Da kommt der Zweite. Der hat ja 10 Jahre gebraucht. Der Urlaub gemacht. Oh, das ist schön. So. Der muss jetzt weg, der Scheiß-Turm. Das regt mich ja übel auf. So, jetzt reicht's hier. Den machen wir weg, den Turm. Nee, nee. Ihr bleibt schön da. So. Macht den Turm weg, bitte. Und den da auch. Sehr gut. Ihr greift meine Burt an. Ihr greift mich an. So. Emi hat Probleme. Ich sag, wie es ist. Okay. So. Jetzt können wir nochmal... Ah. Treppern. Warum eigentlich? So. Dann. Die normalen nach vorne. Zwei Katapulte. Ich weiß nicht, ob das reicht. Bin ich ehrlich. Hä? Wo ist der Zweite jetzt hin? Ich check's nicht. Okay, jetzt ist ein 101. Okay, das ist Schrott. Scheiße. Mein Herr. Dann ziehen wir uns erst mal wieder zurück. Eure Befehle? Zünd hier nochmal an. Jetzt sind wieder die Katapulte weg, ne? Nervig. Ich bin nochmal überlegen. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Ich bin nochmal überlegen hier mit, ähm... Ob schon reicht. Ob ich die Mönche reinschicken kann, ne? Mal gucken. Wir verlagern hier weiterhin alles nach vorne. Ist natürlich ein bisschen nervig, dass sie nicht automatisch da hinrennen, wenn ich da die Wegpunkte mach. But okay. Äh, was haben wir denn hier so alles noch? Ich glaube, die können jetzt auch nach vorne. Ich glaube, hier passiert nichts Schwieriges mehr. Dann habe ich da nämlich auch ein bisschen Verhandlungsmasse vorne, ja? 20. So. Warum sagt ihr das? Ihr seid doch voll besetzt, oder nicht? So, haut da rein. Sehr gut. Okay. Vorratslager ist voll, mein Lord. Vorratslager? Was habe ich denn so viel? Heilige Scheiße. Leute, ich bring das jetzt zu Ende. Ich glaube, es schlaucht sich zu sehr. Es ist... Also, ich merke es selber. Es ist irgendwie jetzt nur noch... Also, es ist null schwierig. Man muss nur warten, bis man genug Truppen hat. Ich mach jetzt, bitte ne Bogenschützen und beende das. Weil hier mit Mönchen die ganze Zeit warten. Und dann, oh, sind die Ritter schon da? Und... Sorry, es ist gerade... Wir müssen da echt gucken, welche Missionen interessant sind und welche nicht. Ich meine, es ist schön, dass ihr trotzdem immer alles guckt. Das Format ist ja wirklich sehr erfolgreich. Aber... Also, spätestens ab der Hälfte ist immer das Ding gegessen, gefühlt. Also, ich schicke die jetzt einfach mal rein. Guck, was passiert. Ich glaube, die werden nicht sehr weit kommen, aber mal gucken. Äh... Achso, ich kann parallel dazu einfach die Jungs hier reinschicken. So, ihr macht mal bitte Stopp. Fahrt einfach auch ein bisschen nach vorne. Okay. Das sieht nicht gut aus. True. Maulai. Maulai, Alter. Schon lange nicht mehr gehört. Mach mal den Katapult weg. Auf den hab ich echt gar keinen Bock mehr. So. Ich glaube, hier in der Kombination reicht es. Hier stehen wir uns wieder raus mit denen, die wir nicht mehr brauchen. So. Fabian. So, dann ist der auch weg. Oh, hält es eher. Oi. Scheiße. Okay, hier brauchen wir Katapulte wieder. Wo bleiben die Baumeister? Hä? Ohne Witz. Ich hab... Achso, da sind ein paar. Hier sind die sieben. Okay, das ist ja... So. 18. 18. So, jetzt ist Gold langsam ein bisschen alle. Kann ich wieder ein bisschen was verkaufen. Äh, Bier. Brot. So. Machen wir wieder ein bisschen Gold. Warum rennen die hier unten lang? Wenn die hier hin sollen. Hä? Ich bin so irritiert. Also. Pass auf, wir können das mal generell vielleicht hier hinsetzen. Geht das? Ja, guck mal. Das glaube ich... Das glaube ich gut. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Es werden Waffen... Bin zur Stelle. Rekruten besitzt. So. Okay. Äh... Scheiß mal auf euch. Einheit, einheit. Einheit. So. Fulina, Geheide. So. Eine Nachricht von Nazir. Meine Männer sind schneller als der Wind und leiser als die Schlange. Ihr tut also recht, sie zu fürchten. Mhm. Also, Nazir, no offense. Aber was du hier das ganze Match über ablieferst, ist ein Haufen Scheiße. Also, ne, no offense, ja? Aber auch einfach im Gegensatz zu deiner bisherigen Performance. Jetzt habe ich 42 auf einmal. Okay. So. Eure Befehle? Jetzt kommen wir mal langsam in die Ritter. Ritter Rost. Bin zur Stelle. Es werden... Es werden Waffen benötigt sein. So, ne? Ja. Die gehen ja auch einfach drin vorbei, ne? Aber was die... Also... Naja. Da kommen wieder die Hempel. Erstmal den Ochsen wieder mal erschießen. Warum? Ach so. Nee, alles gut. Zum Rokum. So. 24. Hier ist wie... Jungs, geht doch an die Scheiß-Katapulte. Was ist euer Problem? Also, ich glaube, ich werde nicht mehr. Die stehen teilweise zu zweit neben ihren Scheiß-Katapulten. Flackert die Krawatte. So, der wird jetzt eingedeckt. Meine Truppen lassen sich nicht. Wir sind bereit. Und los. Hier sind die viel schneller da. Geht doch. So. Wo sind die eigentlich? Ohne Witz. Ich habe doch vorhin richtig viel produziert. Wo sind die? Hier ist einer. Nee. Da. Die verstecken sich in den Pferden. Sehr gut. Il-a-la-man. So. Brander. Katapult wird bewegt. Der wird jetzt eingedeckt. Eine Nachricht von Nasir. Stinkender Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. So gut wie erledigt. Katapult bereit, Milon. So gut. Eine Nachricht von Nasir. Und wenn ihr uns eine Hand abschlagt, haben wir immer noch eine andere. Katapult. Sind die Hände... Sind damit die Türme gemeint? Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Weiter. Holy shit. Warte mal. Hier kommen wir zur kleinen Offensive. Katapult bereit, Milon. So gut wie erledigt. Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch zusammenbricht? Wovon redet der? Welche Burg bricht über mich zusammen? Bist du dumm? So, Jungs. It's time. So, jetzt schütten wir hier wieder alles. Oh, das geht nicht. Sehr gut. Sehr gut. Machen wir da alles pleit. Machen wir hier alles pleit. So gut wie erledigt. Und so zerbrüßelt der Krieg, ja? Hinter euch gerät, im Namen. Der Turm wäre noch gut weg. Ja. Oh, jetzt buddeln die hier. Warum buddeln die? Warum buddeln die? Ich würde auf zum Budden, Jungs. Der Turm? Katapult wird verwegt. So gut wie erledigt. Guck mal, outsmarted hier, ne? Rausgebaitet und jetzt werden die alle abgesprayt. So. Und rein. Der will hier noch schnell das korrigieren oder so. Das ist ja weird. Also, es ist nicht weird, es ist krass. Aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich neige mich im Wind, wie das hohe Ufergras. So, jetzt. Die sind getrennt voneinander. Ich kann hier gar nicht jetzt rüber. Okay. Dann ist es ja jetzt sogar entspannter für mich. Hoppala. Wieso kriege ich keinen Stein mehr? Okay, ich hab hier irgendwie eins verloren. Ja, dann kaufen wir ein bisschen was. So, Unterkünfte. Die machen wir hier. Was war das? Das hab ich ja noch nie gehört. Majestätisch? Majestätisch? Ihr verlangt viel. Mein Bogen ist euer. So, alles hier wieder hin. Ein weiter Weg. Äh, ihr geht da hin. Maticum. So, und die Katapulte? Die können ja eigentlich von der Seite König Philipp Hobbs nehmen. Bin ich ehrlich. Katapult wird bewegt. Ja. So machen wir's. So ist hier oben noch irgendwas. Gebt uns eine Aufgabe. Wer ist er? Ein guter Mann. So. Katapult bereit, mein Lord. Oh, die Balliste fängt schon an. Die muss halt wirklich schnell weg, ne? Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Boah. Okay, die müssen hier erstmal durchkommen. Boah, Alter. Alter. Na, König Philipp? Hier läuft's. Junge, Junge, die Atelier ist da. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Da geht um mehr, merke ich grad. Strong Crusader Extreme hab ich auch Bock. Irgendwann, ne? Wenn wir hier durch sind. Das ist so dann der nächste Schritt. Ah, ich hab keine Steine mehr. Katapult bereit, mein Lord. So gut wie erledigt. Na, Lord. Eine Nachricht von König Philipp. Mon Dieu. Der gnadenlose Verbruch fühlt an den Mauern unserer Burg. Hehehe. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Katapult wird bewegt. Jetzt natürlich hier kacke mit denen. So gut wie erledigt. Mal gucken, ob ich die wegkriege. Ist natürlich ein bisschen verschwenderisch. Mit den Steinen. Einer. Zwei. Immer wenn's Klatsch macht. Drei. Sehr gut. So, dann machen wir das da weg. Krieg ich den Ton da weg? Ja, oder? Ja. Okay. So. Was macht meine Armee? Wo ist die gerade? Immer noch hier am Latschen. Okay. Gut. Wir verschieben jetzt mal alles hier in die Mitte. Okay, der ist Blanko. Die erledigt. So. Hervorragend. Es werden Waffen benötigt. Das ist alles hier mal in die Mitte. Nee, nee, nee. Bleibt mal hier. Nicht nach oben jetzt. So. Hä, wo gehen die hin? Ein weiter Weg. Wo gehen... Ach, das bleibt oder so, wenn ich das Gebäude resette? Oh mein Gott. Die holen wir mal auch hier hin. Für den Dings dann. Okay. So. Wir haben jetzt die alte Schule. Ja. Und dann machen wir jetzt den... Der hat halt sehr wenig Defense. Der hat halt nur Mönche, drei Ballisten und eine Handvoll Bogenschützen. Das ist halt nichts. Das ist halt nichts. Und so. Und so. Und die Bogenschützen. 82. Die gehen erst mal hier. So. Dann. Die Ritter. Gehen auch da hin? Für alle. Ja. Ihr greift einfach mal an. Aggressiv. Das wird etwas schwierig. Dann. Hier. Oh, die rennen ja alle gerade in die Mönche. Das ist nicht so schlau. Ah, jetzt geht's. Jetzt kann ich. So, jetzt das Ding. Jetzt Bob. Mach das mal weg. Ja, danke. So, passt. Angriff. Angriff. Wo sind eigentlich die ganzen Ballisten? Hier. Katapult bereit. Ja, die Nummer eins. Hätte ich gern da hin. So, ihr greift an. Es sind sehr viele Bogenschützen, sehe ich gerade da. Aber ist ja kein Problem. So. Die schwarzen Mönche sind nur der Herr, kennt den Weg. Wir haben eine Nachricht vom Abt. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich gesiegt habe, mein Freund. Bist ihr sicher? Mutige Aussage. Alter, ich habe gar nichts mehr. Krass. Ich habe nicht mal Eisen oder so. Ich habe nur noch Waffen, wa? Okay, das hat aber Zaster gebracht. Verlass diesen Mann, mein Freund. Oder ihr werdet bitter bezahlen. Wart nicht. Katapult bereit. Meilor, sei es. Es gibt eine Nachricht von euch. Ich darf nicht zaudern. Ich muss schmerz sein. Katapult bereit. Meilor. So, jetzt gehen wir rein. Was? Geht nicht? Doch. Oh, lol. Doch, kommt man da durch? Uh! Upsi. Öh. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich gesiegt habe, mein Freund. Scheiße, ey, die feiern jetzt ein bisschen wie die Fliegen. Nein! Ey, was hat der da oben drauf, ne? Maschallah. Das Ding muss weg. Ne, 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 ne. Nix anzünden. Okay, die überrennen mich mit dem Mönchen. Holy shit. Krass. Alles, alles ran jetzt. Alles nach vorne. Ist ein bisschen unkoordiniert hier, merke ich gerade. Irgendwie. Ey, was die da oben drauf haben. Scheiße. Ich bin ein bisschen zu ungeduldig gerade. Ich warte halt nicht auf kritische Masse. Äh. So, okay, dann zünden wir hier nochmal an. Nein, nicht verlassen, Jungs. Warum nicht? Darum auch schon verlassen. Malauf. Balliste. Bereit, Malauf. Ist hochgekauft. Katapult. Bereit, Malauf. Alter, wie er sich wieder aufbaut. Wie viel Gold hat der denn? 6.000. Deswegen komme ich hier auch nicht voran. Katapult. Bereit, Malauf. Alter, der scheißt mich zu. Mit Mönchen. Okay, dass er so viel Gold noch hat, das erklärt aber einiges. Dass der sich hier sofort wieder aufbaut. Ich werde jetzt... ...all mein Gold zusammenkratzen. Ähm. Eine Nachricht vom Abt. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich gesiegt habe, mein Freund. Er hatte... Er hatte... Er hatte... Er hatte... Er hatte... Also Respekt, ne? Das ist echt krass, was du ablieferst. So, ich kratze jetzt ein bisschen Gold zusammen. Und dann machen wir das auf die alte Art. So. Was ist hier eigentlich mit dem Scheiß? Also... Doch. Spät... Na, wobei... Nee, komm. Wir machen das jetzt auf die arabische Art, ja? Ja. Machen wir. Wir machen das jetzt mal arabisch. Das Problem ist halt einfach nur, dass ich ein bisschen ungeduldig bin. Ich meine, am Ende des Tages... Und die Map ist halt auch so slow. Also dadurch, dass hier überall Wasser und Sumpf ist und so. Ihr merkt ja, wie ich hier versuche, meine Truppen zu verschieben. Und das ist einfach nur ein Krampf. So gut wie erledigt. Ja. So gut wie erledigt. Das Ding ist, wenn ich aber immer wieder die Kathedrale wegmache, dann verliert er schon recht zügig sein Gold. So gut wie erledigt. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Oh, wieso ich keine Steine reinkriege? Also das ist irgendwie alles... Weiß ich nicht. Aber vielleicht... I don't know. Ich verbrauche echt viel Steine. Muss mal aussehen. So. Hilfe. 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 Schön. Schön. Gucken wir mal. Ob wir die da klären können. So, auf meine Berittenen muss ich jetzt einfach mal ein bisschen besser aufpassen. Bin ich ehrlich. So. So. Jetzt können wir die da vielleicht wegmachen. Wo kommen die her? Also. Ich habe das Gefühl, die Wegpunkte, die spinnen so rum. Aber auch irgendwie, wie die Truppen laufen. So. Ich nehme die jetzt direkt und schicke die hier hin. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. So gut wie erläutig. Wie viel Geld der hat. Der baut instant alles wieder auf. Okay. Wir machen jetzt einfach noch mehr Stein. I guess. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wackelig wie ein kalten Haus. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Wir haben uns erledigt. Katapult verreicht. Wieder die Kathedrale. Wie viel Gold hat er? 1.800. Jetzt geht er langsam zur Neige. Okay. Warum rennt der da oben lang? Es ist so wild. Ich check's nicht. Ich nehme die hier und schicke die. Ich mache jetzt hier einfach alles auf. Das ist mir so egal. Also ist halt wirklich ja gerade egal. König Philipp übrigens auch geil, dass du dabei bist. Der ist halt immer noch. Jetzt sollte er kein Geld mehr dafür haben. Naja. Okay. So. Jetzt habe ich wieder kein Geld. Verkaufe ich mal ein paar Brote nochmal. Äh. Eisen. Verlass diese Mauer, mein Freund. Hiervon ein bisschen. Das hier. Das. Die Überlegung Bogenschützen, ja oder nein? Ich würde sagen ja. Presseverwertung. Weil die zu verkaufen ist. Junge. Schietest du? 14 Gold. Jetzt will ich nichts mehr sehen. Guck ich beim Falsch? Ne. So gut hier. Ja. So jetzt muss ich irgendwie seine Eko wegkriegen. Kann ich hier reinrotzen? Hier ein Anzündberger. Waffenkammer vielleicht. Ja. So. Theoretisch bräuchte ich jetzt nur Ritter schicken, um ihn zum Finish schießen. Beziehungsweise Schwertkämpfer. So. 24 und die paar Ritter. Jo. Katapultz bereit. So gut wie erledigt. Mhm. Wo ist denn ein Kornspeicher? Ich glaube hier hinterm Turm. Oder da? So gut wie erledigt. Ist einfach nur ein Bäcker. Jut. 55. Das ist... Weiß nicht, ob das reicht. Ich könnte die hier mal hier hinschicken. Das wäre jetzt wieder ein bisschen ungeduldig. Wie viele Bogenschützen sind das wohl? Wenn ich hier ein bisschen zickzack laufe. Die sind halt auch schwierig. Die Türme sind weg. Keine Ballisten mehr. Doch eine Balliste mehr. Das Ding ist, sobald die durch den Schlamm rennen... Ey, ist schon vier verloren, ne? Das ist so bitter. Ich weiß nicht mehr genau, woher. Balliste wahrscheinlich einfach nur. Die eine Kackballiste da. So, wir bewegen euch jetzt einfach nach vorne. So. Und jetzt... Machen wir einen Zugriff. Und wenn die da sich raustrauen... Dann sind meine... äh... Beritten im Bogenschützen jetzt da. So. Guck mal, dass ich jetzt... Dass ich das auch einmal wegmache. Und was bewegen. Das wär gut. Oh. Das ist nicht gut. So. Die tanken jetzt. Okay. Ihr tankt. Ich verliere gerade super viel Katapulte, aber dann ist das halt so. So, der Turm muss weg. Warte mal, wir gehen ein bisschen nach vorne. Der Turm muss weg. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Wir kommen durch. Wir kommen durch. Oh, der baut sich langsam wieder auf. Schlinge. Die schießen ja immer noch auf mich. Auch da. Hoch. Ich verkack schon wieder. Oder? Ey, die fallen wie die fliegen. Ich check's nicht. Niemand stirbt hier. Was sind das für Powerbogenschützen da oben? Jetzt cleart die weg, bitte. Woher kommen die Schüsse? Geht da hoch und rasiert. Würde ich. Es reicht jetzt. Gott bless. Alter, war dieser Abt ein Akt. Maschallah. So. Wollen wir die da einmal wegmachen? Genau, tankt da mal. Kurzer Leck. Aufgeben wäre ganz geil. Weil das ist jetzt einfach nur noch Arbeit für mich. Wir sind alle in One-Shot. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, da kommen neue. No. Okay, kurzer Rückzug. Ich glaube, hier ist es wirklich so, dass ich jetzt einfach reinrennen kann. Maulai, Maulai. Zu nah, zu nah. Anzünden wäre ganz gut, oder? Hat der im Brunnen? Einen kleinen, aber der ist nicht besetzt. Sehr gut. Ich brauche jetzt nämlich eh Gold. So. Auch. Auch. Gold, sehr gut. Ich würde gerne einmal dieses Tor hier wegmachen wollen. Ja, danke. Ihr macht bitte mal diesen einen dreckigen Cut Bogenschützer. Okay. So. Gut. Last but not least, Alter. König Philipp. Es werden Waffen benötigt. Ein Nachricht von König Philipp. Alter hat das gescheppert. Monje. Schön. Waffen kann man wäre gut. Hier rauszunehmen. Oh, jetzt buddelt er schnell. Ja. 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 Ist zwar leer, aber wäre trotzdem ganz gut. Gut. So. Ich glaube, das reicht hier, um den jetzt so Ischachmatzen machen. Oder vom Ritter. Hoch da. Müsste reichen. Ja, ist ja gut. Er ist komplett im Arsch. So, können wir einfach sagen, alles geht jetzt da hoch. Außer du vielleicht. Und du. Das wäre wichtig wegzunehmen, bevor wir da nah reinkommen. So. Ja, ja. Jetzt blockieren wir ihn. Ich habe doch gerade die Unterkunft weggemacht. Nee, doch nicht. Steht wieder. Steht noch. Alter, wie die sprinten. Ja, und sie gehen nicht auf die Schwertkämpfer. Mein Herr, zähl angepasst. Wie am sprinten sind, aber jetzt hat er keine Defense. War ein bisschen dumm, muss ich ehrlich sagen. War nicht so smart. So. Ich glaube, ich habe es. Also. Ich muss sagen, würde mich wundern, wenn noch wer zuguckt. Weil. Ab dem Moment, wo wir die Erkenntnis hatten. Die Angriffe. Also. Es war ja null spannend. Es war ja null spannend. Adel gegen Schurken. Also die. Ne. Wir haben. Wir haben alles besprochen. So. Habt ihr mitbekommen. Das war dann wirklich nur noch ein Abarbeiten und dann mit der Challenge. Ja. Ähm. Egal. Nächste Mission. Übrigens, ne. Angepinnter Kommentar. Würde halt wirklich helfen. Ihr merkt's. Nächste Mission. Es ist immer cool, wenn man Verbündete hat, finde ich. Das gibt immer eine gewisse Dynamik mit. Das macht immer Spaß. König Philipp als Verbündeten sehe ich mich. Die haben 20.000 Gold. Wir haben 7.000. Ich glaube, das würde ich so oder so spielen. Weil. Wir schauen mal rein. Pause. Ähm. Okay. Wir haben wir alles. Wir haben wir wirklich alles. Lecker. Alter. Richtig guter Start. Gegner. Sehr weit weg. Nur hier im Norden kommt man rüber. Loy. Das ist ja richtig geil. Weil dann schütte ich einfach hier. Wer ist das? Richard? Ne. König Philipp. Schütte ich einfach König Philipp mit Verstärkung und Gütern zu. Das wäre vielleicht mal eine witzige Challenge. Aber könnte auch sehr, sehr langatmig werden. Wenn man versucht nur durch eine verbündete KI zu gewinnen. Also dass man die halt einfach zuschüttet. Mit allem. Aber ich glaube gegen drei oder gegen vier Gegner würde das zehn Jahre dauern. Okay. Gut. Dann wissen wir mal was beim nächsten Mal ansteht. Ähm. Rage quit. Ich verabschiede mich. Wir sind bei Mission 70 angekommen. Ab jetzt erwarte ich aber wirklich mal knaggige Mission. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.